Willkommen zurück zu Final Fantasy Type-0 Jetzt kannst du einen Eidolans bespüren Die Lab-Masters haben weggekehrt. Sie haben die Möglichkeit, sie zu ermöglichen. Ich bin bereit! Äh... So! Hallöchen, Ifrit! So, komm schon! Eruption! So, Lavaschleuder! Alter! Ich spüre ihn mal vor, ne, Ifrit! Fuck! Findet den zentralen Maschinenraum und deaktiviert das Verteidigungssystem. Kupo! So! Jetzt gehen wir weg und lasse ich wieder hier so einen schönen Screenshot einfangen. Ui! Cool! Sieht richtig geil aus! Lava Schleuder! Boom! Eruption! Yeah! Alter, wie geil! 793. Kupo! 793. Auf dem Perimeter! Wir haben zu viel damage genommen. Wir haben zu viel damage genommen. Die Eidolans ist weg! Jemand! Mach was! Gepa! Unser Truppenstehunterbeschussku benutzt eine S-Brum, die Beschwörungswahl zu durchbrechen. Oh, super! Ifrid! Oh, yeah! So! Ah! Ah! Da bist du! Golan! Spür dich! Ja! Verliefer! Der hat gerade gestorben. Das müssen wir verarschen! Du musst mir nicht erzählen! Hilfe! Huh! Und Eid! Geht irgendwo? Wow, Alter! Es geht um dir jetzt! Rest auf! Ich habe diesen! Das irgendwie nicht geht? Was? Rest auf! Du musst mir nicht erzählen! Okay, wir müssen raus! Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss! Und Eidolans geht irgendwie nicht mit zum Verschwören? Was ist hier los? Stopp! Das! Ich bin maximal verwirrt! Es geht um dir! Rest auf! Ich habe einen! Ich habe einen! Du musst mir nicht erzählen! Ähm... Der Gute müssen wir jetzt irgendwie wieder durch... Kämpfen! So, komm schon Leute! So! Mal durch! Mal durch! Schau! Ah! Uh! Es geht um dir zu dir! Ich habe diesen! Geh vor der Runde! Dein Turnier! Du musst mir nicht erzählen! Okay, das Sicherheitssystem hat gebraucht. Alle Obsteller wurden entfernt. Juhu! Kupo? Imperial forces are retreating and they gather inside the base. Class Zero. Occupy the four main areas inside the base immediately. Crystal guide you. Okay. Und ich muss leider sagen, ich bin auf diese Hilfe der Akademie echt angewiesen. Das ist ja schon ein bisschen nervig. Naja, kann man nichts machen. Juhu! Alles geil! Was? Ifrit ist... Achso, der ist kaputt. Deswegen kann ich den nicht mehr nutzen. Ja, super. Sehr hervorragend. Zack. Dann speichern wir mal. So, und zwar dahin. So. Gut. Dann geht's mal hier wieder raus. Oder müssen wir irgendwo hin noch? Nö. Gut. Also jetzt nach unten. Und... Dann nochmal nach unten. Keine Ahnung. Oh. Mal den da. Ja. 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 Ich komme hier zu Stöck. Ach was, was. Ja. So, also. Ich komme hier zu Stöck. Stürb! So... Wee! Ja? 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 Meine Güte, was für'n Stress! So, da hinten lag doch letztes Mal was? Oh, anscheinend liegt da nix mehr da. Das ist ja schade. So, liegt vielleicht dort drüben noch irgendwas versteckt? Irgendwas Glitzernes? Nö, schade. So, Karte, wie schaut's aus? Wenn wir nach unten gehen, dann... Ja. Okay, dann gehen wir doch erstmal da rein. Äh... Ah, okay, gut. Nochmal ein Forschungslabor? Oder war das das gleiche? Das sieht nämlich extrem gleich aus. Nein! Tu weg! Okay, es ist nicht das gleiche. Aber hier gibt's leider nix. So, dann gehen wir doch mal da, in der Mitte durch. Amikachu ist zum Schutz gekommen, mhm. Ich bin hier, um zu helfen. Ja, Hallöchen. Ja, Hallöchen. Din-din-din-din. Junge! Klasse Zero, verpflichtet die Forschung? Excellent! Das ist 7-56-Fak cause. Wir haben unseren Weg in den Platz. Wir haben nichts gemacht. Okay, gut. Dann helfen wir denen mal. So gut wie es geht. Alter. Schwein jetzt an. So, komm, schon. So. Gut. Ach, diese Spezialorder, die sind immer ein bisschen nervig. Eine Feldration, ja Wahnsinn. Dudududududududududududa... La lalalalalalala... Glitzer sich. Ja, da glitzer doch was. Mainz... ein super Trank. Yeah, haben wir schon acht Stück. Er könnte eigentlich mal die Waffe wegstecken. So hallo. Oh, das ist ja super. Ich kann euch nicht ansprechen. Doppelt das. Nee, leider nicht. Schade. gut und da geht es wieder raus die haupttreppe hier sind wir jetzt nicht mich angreifen ich bin ganz lieb und nett gut das sieht noch gut wo man sagen aus wo waren wir vorhin eigentlich gott wir wollten da durch weil da dieses titan wie ich gestanden ist oder was auch immer so golem so und haben wir wieder lotte truppen du kommst her zu mir so gut da kann ich was hast du für eine dünge weichweite schafft ihr die fregatte zu besiegen so wir können verlassen das ist wie die klinge da na gut ich schätze wir gehen einfach drauf hoch so 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 vernichtet ihre bösen subjekte so so gut ja zu unterstützen kommen ich bin jetzt hier felschen glückwunsch ach was haben wir denn da schon alles hui das war natürlich super und wie der Kuhmeldung ganz am Ende Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ich habe mir fast keine Lebenspunkte mehr. Geh weg von mir. Wow. So, Lebenspunkte regenerieren. Schneller, 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 schneller. Wow. Super. Go, 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 go! Gut. Ich gebe dir eine Hand. Oh, super. Gehen wir irgendwo? Super. Der Westaufgang wurde gesichert. Yeah. Kann ich dieses Ding hier benutzen, zufälligerweise? So, bleiben noch drei Areale. Weiter gucken. Echt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Ja, okay. So, dann geht es mal hier weiter. Die Südpassage. So, I spawn. Kaboom! Ich glaube, ich habe etwas erwischt. gut. Weiter geht es. Goodbye. Goodbye. Ich werde helfen. Goodbye. Na, da kommen wir jetzt natürlich nicht hin, ne? Oh, cool doch. So, Minterkwalis besiegt. Na, kommst du her? Und die Fregatte hier, die steht jetzt blöd da und schaut. So, gut, anscheinend sind wir hier fertig. Ding, 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 ding. So, jetzt zu dir. So. Alles besiegt. Gut, hier geht's nicht durch. Ist man hier schon fertig? Ne, doch nicht ganz. Da kommen die nächsten. Block. Kommst du jetzt? Hier, du. Auszuweichen, das Stück. So. 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 I'm not as writing. So. 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 Schmitz ist in der Basis. Platz Zero, schau dort einmal. Halt an. Schmitz hat auf seinem eigenen Akkord gebracht. Was ist passiert. So. Vorhersehbaren genießen. Oh, die Seven ist Level 18. Und die andere Seven ist Level 14. Was? Äh. Ah, ja. So, Nordaufgang. Siegner. Drei Charaktere. Hm? So. Sie nennen sie nichts. Ich sehe nichts. Geh raus! All battle-capable Soldaten, vorwärts! Okay. Ist das da der Oberst? Na, nicht ganz. Eisbomb. Wuuu. So. So, was haben wir hier? Ein Militärkral. Schon wieder. Gut. Nicht noch. Wir müssen so viele Menschen wie möglich. Ja! So, Neu-Order-Coupo. Der Befehl-Sauber hat sich in der Festung verschanzt. Eben nach. Wow. Hm. Okay. Also, ich muss jetzt sagen, ich war am Anfang von diesem Spiel nicht wirklich überzeugt, aber mittlerweile gefällt es mir echt super. Also, macht Spaß. Hihi. So. Jetzt da rein. Durchgang. Neu-Order-Coupo. Der Befehl-Sauber hat sich mit einer kleinen Anzahl Soldaten in der Festung verschanzt und weigert sich zu kapitulieren. So. Ist aber doof für ihn. Schaltet sie ihn aus? Ja. Das wäre der Plan gewesen. So. Wie schaut es mit den Leuten eigentlich aus? Gut. Es sind immer noch alle besiegt. Aber ich bin jetzt hier in einer Zuflucht. Vielleicht kann ich ja irgendwie... Hm. Ne gut. Zack. Hier. Speichern. So. Und dann schalten wir mal diesen Kommandeur aus. Oder Oberst. Sagen wir es mal so. Das doofe ist nur, wir können unseren E-Fried nicht benutzen. Hm. Schade. Nein. Ich kann trotzdem... So. Boah. Also, wie soll ich ziehen denn die ab, bitte? Gehen wir irgendwo? Jedenk sim oder so. Wozu... Jedenk? Ja. Ähm. Ja. Ja. um das sind lebenspunkte regeneriert gelassen wo sind nicht meine anderen leute So, wo denn er wo? so was schmitz kann stürbt komm schon du hast keine chance gegen uns so das war's die 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 Hm? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? White Thunder is headed for Togaret Good Now we just need them to wait until he gets there as general Kattor planned Inform the troops in Togaret Sir attention all troops in Togaret. This is Kusabi Altogether Get ready, we're going to help you test this new model Okay, what's going on now? Flash Zero, you have a new mission An unknown Magitech armor is moving quickly to the base It is preventing us from pursuing the retreating of the troops We need you to take care of the unidentified Magitech armor immediately You! 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 Show me what you can do Too slow I'm talking about me I've seen your mission It's too slow I've seen it coming You! 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 Oh! Okay I'm on you Apologies Apologies But this is war You've gone far enough So fight it in What are you aiming at? The weather has turned against us With this rain Fire spells won't be very effective I have failed The lightning magic will be more effective You've gone far enough Too slow Oh, alter, they're too weak You've gone far enough I saw that coming I saw that coming This is it This is it Too slow Oh, shit, man That makes me feel bad You shouldn't have gotten involved She won't last Mission accomplished That's what the hell Hey, only 12 K.O.'s How's that? How's that? How's that? How's that? How's that? How's that? Silber Reif Gives 500 VP Sortiment Spitzhut Mhm Meister 35 Gegner Peitschenschwert SRM 30 Gegner Tenzerdolche Gieserkraut Yay Und noch Final Elix Und noch eins Und noch eins Und Und Schon wieder eins Und noch eins Eine Wüstenmaske, so eine Schneebrille und das war's anscheinend. Hm, es ist Zeit. Deine Aktionen werden auch Repräsentation. Mal wieder, wenn du überlebst. Böse! Ich erwarte mehr als ein Kampf. Vorwärts! Komm schon! Es ist da! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Oh! Oh! Hm. Ich habe einen Lassi in der Togreth. Das ist ein Lassi-Tiger-Primus-Lassi. Nichts Überraschung. Kontakt mit allen Unen, in der Togreth. Kosain Red, in der Togreth! Das ist ein Streicher-Primus-Lassi! Kein Weg! Ich habe einen Kroer-Primus-Lassi-Lassi! Was in der Welt ist die Crystal-Primus-Lassi-Lassi-Lassi? Komm schon! Pferde alle Unen zu fassen! Geistgültige Beziehung! Gord Shuyu ist in der Weg. Wenn du das hörst, fliehen einfach. Ich rede, ausgeren die Front-Line, auf einmal! So, das ist die Vermilion-Berdenssee. Guardian of the White Tiger Crystal. Sag mir, ist das der Fokus, die du hast gehalten? Ich habe nichts zu sagen. Ich verstehe. Ich habe nichts zu sagen. Although the Battle of Togoreth was definitively won by the Allied forces of Rubrum and Concordia. What was to be the first clash between Lassie in 500 years resulted in the obliteration of Rubrum's proud city of Togoreth from Orient. Okay, krass. Also wenn sich zwei Lassies streiten, dann, ja, gibt es einen halben Weltuntergang. Zack. Gut, äh, ja, das war jetzt eine sehr krasse Schlacht, muss ich sagen. Und, uh, Kapitel 3, der Anfang. Interessantes Bild. Weapons of Mass Destruction. Das Zeitalter der Zerstörung. Kapitel 3. Musik. Is it true that Dominion is using a Lassie in battle as well? Yep. I heard that's why the operation at Togoreth failed. Then the rumors that Togoreth was wiped out? It's true. Unbelievable. He won't raise havoc here, will he? Als ich die Crystals unter dem Militär kontrollieren kann, der Lassie kann nichts tun. Keine Angst. Aber du wirst nie wissen, was der Lassie... Ich bin nur auf Ihren Staten. Ich bin nur auf Ihren Staten. Ja, Herr. Sir. Engine 9's output is stable. Its patterns still don't match Circuit 7 exactly, but I believe we can get them closer. That should be sufficient for supplying power to the prototype. What's the status on the link? There's still a few issues before it can be controlled for an extended period. I'll send some engineers from the Steelworks. Fix it immediately. Yes Sir. Dann danke fürs Zuschauen und bis dann, ciao! Those reden Korps... Who... Are you people? You will be Orients' most powerful force. Make your choice. Do you choose reason or the power of kings? I will become... Agito. The gears start to turn... One... By one... By one... By one... When the seal of creation is broken... A voice like thunder shall sound... And thou shalt know... We have arrived! Untertitelung des ZDF für funk, 2017